Schönen guten Abend an alle Gäste und natürlich auch an alle Gastgeber und vielen Dank erstmal noch an Frau Kurant. Kurze Geschichte dazu. Ich habe irgendwann eine E-Mail in meinem E-Mail-Fach gesehen und wollte die erst löschen. Eigentlich habe ich es nicht gemacht, bis ich dann festgestellt habe, oh, das ist ja etwas sehr Positives, weil es gab irgendwie, es war ganz komisch geschrieben, aber auf der anderen Seite irgendwie auch sehr charmant. Und ja, dann habe ich darauf geantwortet und ich konnte es jetzt gar nicht wahrhaben. Lange Rede, kurzer Sinn, habe ich dann irgendwann nach fünf oder sechs Wochen erst, nachdem ich diese Benachrichtigung bekommen habe, sozusagen rausgefunden, wer mich vorgeschlagen hat. Leider ist diese Person heute nicht hier, aber ich werde Ihnen noch dafür, ja, danke sagen und ich glaube auch noch ein kleines Video schicken. Lange Rede, kurzer Sinn, freue mich jetzt hier danach und vielen, vielen Dank für diese kleine Ehre. Vielen Dank. So, jetzt würde ich die schon angesprochene Frau, bitte Kurant, hier ans Mikrofon bitten, weil sie hält die Laudatis für Frau Gerda Rathel. So, wie viele echte Schwaben haben wir hier.